Hallo, ich bin Esan. Ich mache eine Ausbildung als Schreiner. Heute zeige ich euch, was ich so mache. In der Schreinerei gibt es viele verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel an der Maschine arbeiten, Schleifen, Ölen, Fräsen, Sägen und Leimen. Allgemein ist es sehr abwechslungsreich, da wir auch manchmal draußen auf der Baustelle arbeiten. Wir arbeiten meistens im Team. Es ist immer jemand da, der einem hilft, wenn man Fragen hat. Arbeitest du gerne mit den Händen, magst Holz und findest Teamarbeit cool? Bist du bei uns richtig? Bei der Stiftung Sant Jakob ist jeder willkommen und wird sich bei uns mit Sicherheit wohlfühlen. So, ihr habt gesehen, was man in der Schreinerei macht. Falls es euch gefallen hat, meldet euch! weiter. you Bis zum nächsten Mal.